SPD und Grüne sehen Möglichkeit für AfD-Ausschluss aus Finanzierung und SOF um höheren Kinderfreibetrag. FDP weist SPD-Kritik zurück. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 22. Januar. In der Debatte über den Umgang mit der AfD sehen auch Politiker von SPD und Grünen eine Streichung von Finanzmitteln als Möglichkeit an. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Johannes Fechner sagte dem Handelsblatt, das im Grundgesetz verankerte Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei ein wichtiges Element des wehrhaften Staates. Grünen-Kollegin Irene Mihalic gab zu bedenken, dass auch diese Maßnahme sehr voraussetzungsvoll sei. Der thüringische Innenminister Georg Mayer begrüßt die Forderung nach einem Verbot der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative. Als erster Schritt ist das durchaus sinnvoll, sagte Mayer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die JA werde immer größer und aggressiver. Allerdings könne ein Verbot der JA relativ schnell durch neue Strukturen kompensiert werden. Die FDP hat Kritik aus der SPD an einer geplanten Erhöhung des Kinderfreibetrages zurückgewiesen. SPD-Parteichef Lars Klingbeil hatte in der Bild am Sonntag die Pläne von Finanzminister Christian Lindner als ungerecht kritisiert, weil damit nur Familien mit sehr hohen Einkommen entlastet würden. Denn das Kindergeld für niedrigere Einkommen soll gleich bleiben. Innenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, sich für einen verstärkten Kampf gegen den internationalen Drogenhandel einzusetzen. Häfen in den Niederlanden, Belgien und Frankreich seien derzeit noch stärker vom internationalen Drogenschmuggel betroffen, sagte Faeser der Funke Mediengruppe. Der wachsende Druck der Kokain-Kartelle auf Europa trifft aber auch Deutschland. Vertreter von Union und FDP unterstützen den Vorschlag von Verteidigungsminister Boris Pistorius, auch Soldaten ohne deutschen Pass in die Bundeswehr aufzunehmen. Man müsse auf der Suche nach geeigneten jungen Menschen deutlich europäischer denken, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Rheinischen Post. Wie die GDL in einer Pressemitteilung mitteilt wird ab dem 23. Januar um 18 Uhr bis zum Montag den 29. Januar um 18 Uhr gestreikt. Am Mittwoch, den 24. Januar, folgen um zwei Uhr sämtliche Unternehmen der DB, inklusive der Infrastruktur und die Citybahn Chemnitz. Verkehrsminister Volker Wissing hat mit scharfer Kritik auf die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL reagiert. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung, sagte der FDP-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Seiner Meinung nach nimmt der Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL zunehmend destruktive Züge an. In Berlin findet bis zum 25. Februar die 74. Berlinale statt. Wir haben die Geschäftsführerin der internationalen Filmfestspiele Berlin, Mariette Rissenbeek, dazu befragt, wie die Berlinale mit den aktuellen Krisen umgeht. Wir haben im letzten Jahr uns sehr stark mit Ukraine und Iran auseinandergesetzt und bedauerlicherweise haben wir jetzt nochmal einen Grund, die Themen auszuweiten. Der Krieg in Gaza, der Konflikt im Nahen Osten, werden wir vor allem über die Filme präsentieren. Wir werden aber auch ein Panel organisieren, Filmschaffen in Zeiten der Krise, zukünftige Perspektiven. Und wir werden am Potsdamer Platz ein Tiny House haben. Das ist so ein kleines Haus, wo ein palästinensisch-israelische Duo sich über die Krise auch mit Menschen austauscht, die sich darüber nochmal mehr vertiefend wissen wollen. Und wir hoffen, dass dazu beiträgt, dass diese Gemeinsamkeit der Palästinenser und der israelische Seite nochmal mehr in den Vordergrund gestellt werden kann. Weil wir hoffen, dass dieser Konflikt irgendwie einen Weg findet, einen gemeinsamen Weg für die Menschen in der Region. Wie die kaufmännische Krankenkasse in einer Pressemitteilung mitteilt, sind die krankheitsbedingten Ausfälle im Job 2023 stark angestiegen. Es wurden insgesamt 213 Krankheitsfälle pro 100 Mitglieder gezählt. Das sind 16,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit liegt Berlin über dem deutschlandweiten Schnitt von 204 Fällen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel leicht bedeckt bei Tiefstemperaturen von 4 Grad. Am Dienstag ist der Himmel überwiegend bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 7 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.